Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. 9 Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Startstop-Automatik, und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.